Gregor, herzlich willkommen beim FCA und Glückwunsch zur Vertragsunterzeichnung. Wie geht's dir, wie fühlst du dich und wie sehr freust du dich hier zu sein? Ja, ich freue mich riesig hier zu sein. FC Augsburg ist ein geiler Verein. Wie gesagt, Dietl ist jetzt über die Bühne gegangen, ich freue mich hier zu sein, ist eine riesen Herausforderung für mich. Ich freue mich extrem auf die Challenge, auf ein neues Team, auf ein neues Umfeld. Du kommst als Leihspieler von der TSG Hoffenheim für ein halbes Jahr zu uns. Was waren die Gründe? Warum hast du dich für den FCA entschieden? Ich denke, der FCA ist ein super Verein. Ich bin stolz, hier zu sein und ich sehe meine Chancen, hier zu spielen im Moment größer als bei der TSG und deswegen bin ich hier. Ich möchte gerne dem FCA helfen. Auch natürlich mich selber weiterentwickeln in der Zeit und am Ende soll es gut für alle ausgehen. Du bist nun neben Andy Lute, Fabian Giefer und Benjamin Lehneis unser vierter Torhüter. Was sind denn deine Ziele und Ambitionen für das kommende halbe Jahr? Ich bin klar hergekommen, um zu spielen. Das ist klar, sonst hätte ich mich nicht für ein halbes Jahr ausleihen lassen. Ja, wie gesagt, ich möchte mich selber weiterentwickeln. Ich möchte den nächsten Schritt machen. Ich möchte mich jede Woche auf der höchsten deutschen Bühne beweisen können und wie gesagt mich selber weiterentwickeln und natürlich auch dem FCA helfen, so gut ich kann. Hattest du denn schon Kontakt zum einen oder anderen Spieler? Kennst du vielleicht schon jemanden von unserem Team? Ich habe natürlich mit dem Johnny Schmid schon zu tun gehabt, da wir uns noch von Hoffenheim-Zeiten kennen. Und auch Alfred Finn Burgersson habe ich schon ein bisschen kennengelernt. Also ja, und ich freue mich auch natürlich alle anderen kennenzulernen. Morgen geht es direkt ins Trainingslager nach Alicante. Da wirst du deine neuen Teamkollegen bestimmt schnell und gut kennenlernen. Wie sehr freust du dich auf die Zeit in Spanien? Trainingslager ist immer eine gute Sache, gerade für mich wo neu ist. Ich lerne das Team kennen, man ist jeden Tag, den ganzen Tag auch, umeinander herum. Das ist für mich eine gute Möglichkeit eben, wie gesagt, alle kennenzulernen und darauf freue ich mich. In Spanien ist das Wetter ein bisschen schöner als hier, ein bisschen wärmer, es ist nicht ganz so kalt. Daher freue ich mich natürlich sehr auch auf das Trainingslager. Wir freuen uns auch auf dich, viel Erfolg beim FCA. Dankeschön.